Bambus, ein Gehölz, das sich in unterschiedlichsten Einsatzbereichen immer größerer Beliebtheit erfreut, ist zugleich eine wunderschöne Pflanze, deren ganz eigener Charme sich im Muster des Systex Fantasy Bamboo wiederfindet. Ursprünglich ein kleines Jagdschlösschen wurde das Schloss Versailles von König Ludwig XIV. nach und nach zum größten Residenzschloss Europas ausgebaut. Mit Systex Fantasy Versailles verleihen sie ihren Räumen den glanzvollen Charme der Barockzeit. Der Orient, ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Das Design Systex Fantasy Orient holt die fremde und exotische Welt des Morgenlandes direkt in ihre Räume. Untertitelung des ZDF für funk, 2017